...leinwandfrei für das kürzeste Musical der Welt. Einstein, das Phantom. Wer hat Einsteins Wissen drauf und auch den Schnall im All? Unsere tollste Lehrerin in Physik, auf jeden Fall. Ohne Abi, doch studiert, bringt Albert Einstein aufs Papier. E gleich M mal C hoch 2 als Formel für Raum und Zeit. Ich schweb am Sternenmeer, der Fantasie denkt ja nicht. Das Phantom, Albert Einstein ist der Star. Der Physiker. Alles ist, alles ist relativ genial. Alles ist, alles ist relativ genial. Doch ein alter dicker Kauz ist mies und zwingt die schöne Frau. Als Direktor bin ich Oberhaupt und du wirst meine Braut. Und bist zu zickig und zu stufer, die Entlassung in Retour. Da schlägt es plötzlich 12 Uhr. Die Lehrerin ist ganz verzückt, der Albert, der ist echt geschickt. Was wohl passiert, wenn sie's probiert und ihn einfach küsst? 50 Jahre nach der Zeit ist das Phantom vom Fluch befreit. Und macht sich als Direktor breit mit seiner Liebsten Zeit an Zeit. Das ist die Leidenschaft, der Liebenden. Ist das schön. Das Phantom, Albert Einstein ist der Star. Der Physiker. Alles ist, alles ist relativ genial. 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 Alles ist, alles ist. Vielen Dank.